Hallo liebe Fitnessindustrie, mein Name ist Thorsten Bohrberg und ich bin der Geschäftsführer der Spannkonzepte Deutschland. Seit 13 Jahren bringen wir die Fitnessindustrie mit investitionsbereiten Fitnessstudios zusammen, meistens auf elektronischem Weg. Aber jetzt haben wir eine neue Veranstaltungsreihe gegründet, die Fitness Meets Innovation. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Ihr Unternehmen und Ihre innovative Dienstleistung am 12. September dieses Jahres in Stuttgart unseren Studiokunden präsentieren. Fitness Meets Innovation bedeutet, dass Sie in kurzen, 10-minütigen Vorträgen Ihre Innovation präsentieren und Studios mit Ihnen ins Netzwerken kommen. Das Ganze machen wir mitten in Stuttgart in einer Top-Location, dem Dorton Office Lofts und im Craft Beer Tasting hintendran, sodass auch genug Zeit fürs Netzwerken bleibt. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich anmelden, alle Informationen finden Sie hier eingeblendet und ich sage schon mal, bis zum nächsten Mal am 12. September, Ihr Thorsten Bohrberg.